Moin moin ihr Lieben, ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, wie ihr besser an die Sehensplitter kommt, wenn ihr sie sucht. Gerade wenn es so wuselig ist, wie jetzt hier und alles so irgendwie grün und man hat Büsche und Bäume, dann findet man den ein oder anderen Sehensplitter ein bisschen schlecht und was ich dann mache ist, dass ich in die Einstellungen gehe auf Kreativ und einfach meine Tageszeit auf Nacht ändere und dann schaut mal, wie schön die Sehensplitter hier leuchten. Ich sehe gleich auf den ersten Blick, wenn weiter hinten irgendwo einer versteckt ist, ich sehe ihn zwischen den Büschen hervorleuchten und ich kann viel, viel schneller alle Sehensplitter einsammeln. Genau, das nur so als kleiner Tipp von mir, dass ihr auch Freude daran habt, hier diese Sehensplitter zu suchen. Und auch wenn es, ja, wie jetzt gerade ein bisschen wuselig ist, trotzdem ihr alle Sehensplitter bekommt und dann auch, ja, die drei Sehensplitter sammeln könnt, die ihr dann braucht, um alles im Spiel freizuschalten. Viel Spaß weiterhin beim Halloween-Event. Bis dann, eure Leia. Mmh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017